La 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 Barbie-Hersteller Mattel stellt anlässlich des Weltfrauentages mit der Serie Inspiring Women historische und moderne Frauen wie Lele P. Deyesh La La Berlin ins Rampenlicht. Um Mädchen zu zeigen, die selbst Mutter einer Tochter ist, hofft durch ihre Puppe und die Chero-Kampagne Chero ist eine Kombination aus den Wörtern S.H.E. und Hero. Mädchen dazu zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Wer hat in seiner Kindheit nicht davon geträumt, sein Ebenbild in einer Barbie zu sehen, erklärt die Designerin. Ich hoffe, dass diese Kampagne jungen Menschen den Mut gibt, an sich zu glauben und den eigenen Weg zu gehen, so wie ich es selbst getan habe, die nächste Generation von Kindern zu inspirieren. Iran Werte Amelia Earhart stellte die Konventionen ihrer Zeit mutig in Frage, indem sie neue Flugrekorde für Frauen aufstellte. Frieda Kahelo die Malerin, die für ihren einzigartigen Stil und Blickwinkel berühmt wurde und zu einer anerkannten Künstlerin und Aktivistin und einem Symbol der Stärke wurde und Catherine Johnson Pionierin der Mathematik, die die Grenzen von Rasse und Geschlecht überwand und von der NASA zusammen mit anderen Frauen als menschlicher Computer eingestellt wurde. Um die Flugbahn des ersten bemannten US-Raumfahrtprogramms zu berechnen, Quelle ntv.de Getafe Euer Neuker Ein Vielen Dank. 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 Vielen Dank.